Also sagen wir mal was zu starten jetzt, wir müssen ein Video aufnehmen Ja, oder im Part oder so Ja, einfach in was In ein Video Und dort, was muss da zu sehen sein? Da muss auf die Stirn was malen Und zwar an Genitalien von einem Mann Also man muss auf die Stirn sich mit einem Filzer einen Penis malen Und so ein Video aufnehmen So, das habe ich geschafft Spiegelfreiheit ist das schwer Ja, ich muss, ich will ja kein schlechter Verlierer sein Ich habe leider verloren, habt ihr ja gesehen Rockstar, kauft euch Rockstar Ah, nein, okay Das ist irgendwie die einzige Rockstar-Sorte, die ich mag Green Apple, ich mag grüner Apfel Jetzt kann mich keiner mehr ernst nehmen, wenn ich hier rede Hallo, willkommen zum Morgen Mittwoch Und ähm So, ähm Ich rede jetzt nochmal aktuell für alle so viele Infos So, ich komme auf meinen Kanal Oh, da ist er ja Erstmal danke für 30.500 Abonnenten Willkommen an die restlichen Asozialen, die dazugekommen sind Die meinen, sie müssten mich, als ich jetzt angucken Und die dicken Jungen Ähm Momentan, das kommt jetzt immer 18 Uhr irgendwas meins mit Minecraft momentan Ich will das auch fortführen Ähm Noch andere Sachen, eigentlich mit Minecraft vorher Das muss ich aber jetzt demnächst noch umsetzen Das kommt auch soweit gut an Ich habe auch immer schöne Gäste dabei Versuche ich natürlich Ähm Sonst, Last of Us wird immer auf jeden Fall durchgespielt Habe ich auch schon, ähm Soweit schön gespielt Ähm Und Swap Force Swap Force, ähm Will ich auch zu Ende bringen, ja Viele haben ja auch gefragt nach meinem Intro Ja, das, äh Muss ich mal gucken, ob ich finde die Musik und so Ja, aber die ist eigentlich gar nicht so toll Nur dieser eine Ausschnitt der Musik ist cool Finde ich Ja Ich mache mir aber wahrscheinlich noch eins Für nicht Minecraft Sachen Äh Eine Frage ist Wie findet ihr das aktuelle Projekte so Und meine eigentliche Frage Mit Minecraft, wie ist denn das? Wollt ihr das vielleicht, äh Findet ihr das besser, wenn das so mit Cam wäre Dass man so diesen, so einen Ausschnitt sieht So Mein Ausschnitt Nein, ähm Ähm Würdet ihr das besser finden vielleicht so Oder äh Findet ihr das ohne besser? Das interessiert mich Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Und ich habe noch viele von Ich habe irgendwie noch Eins, zwei, drei, vier Ich habe noch sechs Skellerners hier stehen Wovon ich drei Stück Aber noch verlosen möchte Ja Muss ich nochmal machen hier Dann habe ich hier Mars, ne Mars Das ist mein Lieblings Mars übrigens Dieses Karamell Das ist so geil, ne Ich schwöre Hamala, hamala, hamala Das ist so cool Äh, ich habe mir die Playstation 4 bestellt Die kommt aber erst in zwei Monaten Ist ja überall ausverkauft in Deutschland, ne Äh, mein Bruder hat eine Xbox One Das finde ich voll scheiße Weil es ein Xbox One ist Ich gehe hoch zu meinem Bruder Sag, ey, was geht ab? Naja Und dann Irgendwie habe ich gesagt Meine Mach mich nicht so an Und dann ging die Xbox an Das war heftig Nein, okay Nein, das war nur Spaß Ja, mehr aktuelles Ähm Ja, auf jeden Fall das mit dem Kanal Dass ich das so umsetzen werde Smash Smash, smash Ja, ja, ja Also das sind meine momentanen Projekte So dieses Minecraft Zeug Das kommen auch Adventure Maps dann Last of Us Werde ich fertig machen Und Skylinders Das dauert nicht mehr so lange Glaube ich, bis das alles weg ist Dann kommen andere Projekte noch Es wird nicht nur Minecraft kommen Werden Es werden auch noch normale Sachen kommen Weil ich ein Alles Let's Player bin Ne Und so wird es auch immer sein Das war mir grausig Ich muss jetzt erstmal Gucken Ich habe jetzt gerade nur Mittagspause Muss gleich wieder los zur Arbeit Schrecklich Einfach grausam Diese Welt Nein Habe ich alles gesagt? Ja Ich überlege gerade so in meinem Kopf Ob er das ist mit dieser Klatsch Also Jetzt wird mein Hund gerade wieder vergewaltigt Ich muss den mal eben Angucken Was geht mit dem? Bis gleich Und Das war's Und Viel Spaß euch noch Das war Morgen Mittwoch Am Mittwoch Heute ist sogar Das kam übrigens die letzten Male gar nicht Jetzt ist immer Mittwoch Und es kam sogar am Mittwoch Das fand ich schon heftig heute Das hat mich angemacht Die Brille reflektiert immer so Dann bin ich schon heftig g teammates Deswegen Die Schweiz Ich inch